total süß gemacht mit dem Einhorn. Ich glaube da ist auch irgendwas mit Lakritz drin. Was? Hunde? Ist das süß? Wird auch gleich probieren. Martin Rütter Hundschies Lakritz Edition. Hi! Ich werde jetzt mal mit euch live diesen riesen Katjeskarton aufmachen. Also ich wäre mir gar nicht bewusst, dass ich so viel bestellt habe. Ich dachte eigentlich, es wären vier Bestellungen. Also eine Bestellung mit vier Artikeln. Kommen wir mal gemeinsam rein. Also es sind Mystery Sachen übrigens. Achso, hi, hallo, ganz vergessen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Entschuldigt. Futter für Mutter, dann ist alles vergessen. Jede Höflichkeit, jede Begrüßung. Es geht nur noch um Futter. Das kleine Dickerchen hier hat was von Katjes und will naschen. So, jetzt gucken wir doch mal. Ach Leute, das ist wieder so, sowas hatte ich ja eigentlich. Wir reden immer von Naturschutz oder Umweltschutz. Guckt mal. So ein riesen Karton und kaum was drin. Ich hole es mal eben raus. Weiter geht's. So, also ich habe dreimal die Boxen hier. Das sind die Mystery Boxen und unten drunter der größere Karton ist der Alles-Drin-Bundle. So, vorne weg, bevor ich es jetzt vergesse, erstmal ein ganz, ganz großes, dickes, 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 dickes Herz für meine Abonnentin Niki. Der habe ich das nämlich zu verdanken. Vielleicht geht es einigen von euch so, wie es mir auch ergangen ist. A wusste ich überhaupt nicht, dass es eine Katjes-Seite gibt und B wusste ich noch weniger, dass es ein Katjes-Club gibt. Und wenn man da drauf geht, dann findet man ganz viele tolle Bundles und Boxen. So, und da könnt ihr so manches Schnäppchen machen und so war es auch jetzt hier halt mit diesen Mystery Boxen. Und deswegen, wie ihr gesehen habt, tam 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 1, 2, 3. Das musste sein. Die waren 5,94 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Und da musste ich einfach zuschlagen. Das ist einfach so. Selbst wenn der Gegenwert vielleicht gar nicht so hoch ist. Das kennen wir beim Beauty, beim Food-Bereich schon. Das ist anders als bei Beauty. Allein die Überraschung. Nicht zu wissen, was drin ist. So, ich gehe auch davon aus, dass alle drei gleich sein werden vom Inhalt. Aber wir gucken einfach mal rein. Aber wie gesagt, warum erwähne ich die Niki? Die Niki hat mir nämlich Bescheid gegeben. Er hat gesagt, guck mal, das wäre doch vielleicht was für dich. Ich bin immer dankbar für eure Tipps. Ich habe so schon drei, vier andere Tipps bekommen, wo ich mal geguckt habe, aber nachher gedacht habe, nee, das ist doch nicht so meins. Aber das ist natürlich, passt wie die Faust aufs Auge bei mir, ne? Logisch. So, und wie gesagt, Bundle gucken wir nachher nach. Das war, glaube ich, 15,80 Euro oder so. So, Verpackung ist schon ganz nett gemacht. Also für euch war jetzt nur hier neu. Das sehe ich jetzt gerade erst. Hier steht dann so, schmeckt vegan. Was steht denn hier? Dinge mal anders machen. Das ist doch mal ein Statement. Ach so, übrigens für euch als Hinweis. Ich hatte jetzt gerade nämlich auch geguckt. Da gab es das leider nicht mehr, die Mystery Box, die hier jetzt. Aber das Bundle. Also, wenn dir das Bundle gefällt, ist das was. Aber die haben ganz viele andere Boxen jetzt da reingenommen, die auch alle so um die 16, 17 Euro kosten. Und die Lakritzbox, die ist sogar übrigens für 11,90 Euro. Da habe ich auch noch gedacht, die war zum Beispiel letztens nicht da drin. Da hätte ich sie bestellt. So, oh, nicht am Kopf, Irene. Pass auf, ich lasse euch zuerst gucken. Und, ist gut? Oh, ich sehe jetzt schon, nee, ne? Ich habe jetzt nicht fünfmal dasselbe, oder? Okay. Äh, ja. Okay. Ihr merkt mir gerade meine Enttäuschung an. Oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt da nicht dreimal das Gleiche. Ja, kann passieren. Müsste wie boxen. Aber gar keine Ermäßigung. Kosten die Dinger nicht unterm Euro, die Katjes? Also, wir fangen mal an. Also, ähm, ja, ist tatsächlich dreimal das Gleiche jeweils. Oh, ich glaube, das gibt ein flottes Video. Also, dreimal die Alpaca-Cola plus Zitrone plus Kirsche. Kenne ich nicht. Ist ja auch neu. Von daher völlig in Ordnung. Und wie gesagt, ich muss mal googeln, wie der Preis ist. Ähm, und hier dreimal ebenfalls neu. Ich meine, das ist ja schön, dass man da neue Produkte schon mal kennenlernt. Sind die tierisch besten Freunde. Das sind die dann. Ja. Probiert wird trotzdem. Was probieren wir denn zuerst? Wir probieren erst mal die Cola. Wir wollen ja wissen, wie es schmeckt, ne? So. Aber trotzdem, also für knapp sechs Euro. Hm. Weil es kommt ja normalerweise noch Versand dabei, wenn ich jetzt nicht die anderen da bestellt hätte. Also, sie sind schon wohl niedlich gemacht. Das muss ich jetzt schon zugeben. Also, für alle Alpaca-Fans, ihr werdet jetzt aufjubeln. Tadam. Wartet mal, das sieht man gar nicht so gut, dass das hier, ne? So. Wartet mal. So. Es sind schon niedlich. Muss man schon sagen. So, rein in die Schnut. Ach, nehmen wir den. Wir nehmen den Haar. Ich weise direkt den Kopf ab. Oh, lecker. Hm. Lecker sind sie. Oh, mhm. Lecker sind sie. Total erfrischend. Oh, die offenen lassen wird weg. Aus. Sau lecker. Aber, hm. Hm. Ich kaufe. Jetzt hält ihr mal in der Zeit mit mir. Hm. Hm. Also, wenn ich jetzt sechsmal das gleiche habe, das ist, das ist ja nicht so doll. Also, dann bestellt ihr am besten nur eine. Dann habt ihr nicht dasselbe wie ich jetzt. Ja. Ja. Es ist der gleiche Inhalt. Ja. Das mal drei. Ja. Ja. Ah. Mein Mann isst ja gerne. Guck, die Pizze. Und meine Tochter auch. Und mein Schwiegersohn sowieso. Dann kriegen die was davon. Dann kriegen die jetzt einfach zwischendurch mal eine so eine Box. So. Jetzt muss ich mir merken, das war die angefangene. Da mache ich mal eben ein X drauf. Und ich weiß, das ist die, die ich schon aufgemacht habe. War das jetzt überhaupt die, die... Doch, ja. So. Also, ihr Lieben, drückt mir die Daumen. Für alles drin Bandle. Ja, da muss ja wirklich alles drin sein. Da können die ja jetzt nicht zweimal, also dreimal die gleichen Produkte zweimal reinpacken. Das sieht besser aus. Ja. Das sieht bedeutend besser aus. Wohl auf dem Kopf. Aber macht nichts. Ungespannend noch für euch. So. Also. Was habe ich denn hier drin? Katjes einmal die Tropenfrüchte. Werfen wir am besten da rein, damit ich weiß, wie viel ich habe. Einmal. Also wie gesagt, 15,80 Euro. Also aufgerundet 16 Euro. Da sollten dann also mindestens 16 von den Dingern drin sein. Uh, den finde ich cool. Den hatte ich nämlich auch ins Auge gefasst. Und zwar Katjes Popmix Cowboy. Bonbon-Style. Den hatte ich schon mal auf der Seite der Einzelnen gesehen. Habe ich schon überlegt, ob ich den probieren soll. Dann Katjes Feel Good. Auch süß gemacht. Nummer 3. Wunderland Sauer. Das kennen wir schon. Nummer 4. Die Nummer 5. Den Chiros Mix. Doch, den habe ich auch schon mal gesehen. Aber der ist toll. Nummer 5. Nummer 5. Warte mal. Ich zähle mal eben durch. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 30, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das lohnt sich. Das lohnt sich. Also, der Katje. Ich sag mal Katje ist dabei. Party Wunderland. Das ist total süß gemacht. Mit dem Einhorn. Ich hoffe, da ist auch irgendwas mit Lakritze drin. Was? Hunde? Ist das süß. Wird auch gleich probiert. Martin Rütter. Hundches Lakritz Edition. Ich hoffe immer nicht, dass die Hunde sind, oder? Sondern, dass da nur Hunde abgebildet sind, oder? Sitzplatz schmeckt. Martin Rütter und Emma haben zusammen mit Katjes ihr Lieblingsprodukt entwickelt. Hundches. Leckeres Lakritz mit Schaumzucker in lustigen Hundeformen zum Verlieben und Naschen. Ja, da hin. So. Oh, ja. Einer meiner Lieblinge. Katjes Kinder. Oh, wie ist das Haltbarkeitsdatum? Müsste ich eigentlich mal gucken, ne? Fällen wir gerade einen. Gucken wir gleich. Was haben wir denn hier? 6, 2, 25. Von daher. Das kenne ich schon. Das ist die Rainbow Edition. Ferdi Ferkel kenne ich. Äh, Fred Ferkel kenne ich auch schon. Ist aber richtig lecker. Ja. Ist auch bis bei 25. Also, daran liegt es nicht. Party Fred. Also, den Fred Ferkel gibt es auch als Party Fred. Ach so. Habt ihr dann so bunte drin? Das steht auch neu drauf. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Gott, ihr wisst ja, wie lange das her ist, dass ich... Natürlich war ich mit einer der Ersten, die die Serie geguckt hat, aber schon lange, lange vorbei. So. Dann, die sind auch bekannt, die Tapsis. Ich finde das total klasse. Joghurt. Gab's? Ich hebe es gleich auf. Also, egal wie breit ich bin, ich bin nicht breit genug, die ganzen Katjes-Tüten. Peace and Love kenne ich auch. Wir haben das echt mega drauf inzwischen im Packaging, ne? Oh, so. Oh Gott. Schön. Oh Gott. Guck mal. Glücksgefühle. Da habt ihr so ganz kleine Marienkäfer drin und kleine Blümchen. Ach, ist das süß. So. Den habe ich schon gehabt. Grünohrhase. Kenne ich auch. Die Wunderland Pink Edition. Die, die macht mir richtig... Oh, die Katzenfötchen. Also, hier sind die weichen. Ja, genau. Die Katzenfötchen. So, wir gucken mal eben. Ich bin gleich wieder da. Oh, die sind auch gut. Früher mochte ich die gar nicht inzwischen. Ja. Die salzigen Heringe. Leute, die lohnt sich. Also, wenn der Bundle, lohnt sich auf jeden Fall. So, was will ich jetzt zuerst probieren? Ich probiere jetzt erst mit euch die Tops. Oh, da kommt ein toller Duft. So. Ach Gott, das sind so kleine Flügel. Zumindest hier jetzt, ne? Seht ihr? Tadam. So. Das ist so blöd. So, so könnt ihr es erkennen. So. Und was habe ich sonst noch hier drin? Was steht da drauf? Wow. Wie so eine Sprechblase. Wow. So, ich beiß ab. Einmal im Flügel. Mit dem Herxen. Ich habe jetzt einen Joghurtanteil. Schön, fruchtig, erfrischend. Und kläberig. So, jetzt kommt. Die Hunde sind dran. Das wollen wir doch alle wissen, oder? Oh. Oh, ui, 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 da kommt aber ein starker, starker Geruch. So, das sind unterschiedliche Farben. Warte, ich hole mal wirklich mal so eins, zwei, drei raus, um euch dann mal was von zu zeigen, wie die Farben so sind. Oh, Leute, das ist so süß. Ganz im Ernst, Leute, das ist mega süß. Also. Gott, ist das niedlich. Habe ich irgendwas jetzt zum Abdecken? Hilfe. Ah. Habe ich irgendwas zum Abdecken, zum Abdecken. Ich hoffe, das klappt. Also, passt auf. Tadam. Ein kleiner. Danke. Wie witzig das ist. Was habe ich hier? Was bist du? Das kann ich leider nicht erkennen. Wenn ihr es erkennen könnt, das ist ein Hund, ja. Aber, weiß nicht, soll das ein Cocker Spanier sein? Ich habe gerade keine Ahnung. So, hier haben wir, ich weiß auch nicht, welche Rasse, aber total süß. Ach, das ist süß gemacht. Und hier auch. Oh, die hat noch fast mit der Beste. Leute, die sind genial. So, was probiere ich denn jetzt? Ah, da möchte man gar keinen den Kopf abbeißen, aber. Oh, okay. Lakritz ist okay, aber das ist so einer dieser, wie erkläre ich das? So ein herber Lakritz, aber lecker. Aber, trotzdem. So, ihr Lieben, das war's. Ich bin im Katjes-Schlaraffenland. Vielen, vielen Dank, Niki. Das Bundle ist mega. Wenn jemand von euch, der es auch schon mal hatte, dieses Alles-Drin-Bundle, schreibt mir mal bitte, oder wenn du es jetzt bestellen solltest, wie gesagt, ich habe keinen Rabatt-Code für euch oder so, das ist jetzt meine private Bestellung gewesen. Wenn ihr jetzt aber bestellen solltet, schickt mir doch mal bitte ein Foto, entweder an irenesboxenwelt.web.de oder bei Instagram, at home ist irene, und zeigt mir mal, was ihr drin hattet, damit ich weiß, ob da tatsächlich unterschiedliche Sachen drin sind. Vielleicht bestelle ich dann nochmal, oder es wäre interessant zu wissen, ob vielleicht von Monat zum Monat was unterschiedliches drin ist. Ich finde, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, ist jetzt doch noch ein längeres Video geworden. 15 Minuten. Hätte ich vorher nicht gedacht. Also, wie gesagt, da müsst ihr euch halt drüber im Klaren sein, dass euch das passieren kann, dass ihr dreimal plus dreimal das andere drin habt, aber es ist lecker. In dem Sinne, es ist lecker, ich muss meinen Lakritzschmack ausgleichen. Tschüss, 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 bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.